GoEcho GoEcho Die App, die dir hilft, nachhaltiger unterwegs zu sein. Wie manchmal bist du im Stall gestanden und hast gedacht, jetzt ist genug. Ich habe keine Lust mehr, meine Zeit zu vergeuden, die Luft zu verschmutzen und mein Geld zu verschwenden. Ich bin Francesca Celina und mache bei einem Forschungsprojekt der Fachhochschule Südschweiz und der ETH Zürich mit, die dir hilft, deine Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir haben eine App entwickelt, die dir zeigt, wie du dich fortbewegst und dir Tipps gibt, was du dabei besser machen könntest. Du kannst deine persönlichen Ziele definieren und überprüfen, ob du sie schon erreicht hast. Du kannst entweder alleine oder in einer Gruppe Challenges annehmen und deine Erfolge mit Freunden oder anderen Teilnehmern vergleichen, um herauszufinden, wer besser ist. Wenn es auch für dich Zeit ist für eine Veränderung, dann probiere zusammen mit uns und 800 weiteren Personen aus dem Tessin und aus Zürich aus, wie effizient GoEcho funktioniert. Melde dich jetzt gratis an auf goecoproject.ch Nimm den richtigen Weg! GoEcho! Deine Daten werden vertraulich gehandelt. Deine Daten werden vertraulich gehandelt. Die Daten werden vertraulich gehandelt.